Ich frage mich manchmal, wovon ein Astronauten träumt. Wovon träumen Astronauten? Weil sie durchs Weltraum, wenn sie durch den Weltraum fliegen. Träumen sie vom Weltraum oder träumen sie von der Erde? Oder träumen sie gar nicht, weil da oben alles wie ein einziger Traum ist? Weil da oben immer Nacht ist? Ich weiß nicht mehr so genau, was für eine Mission das war. Aber ich habe mal gehört, dass Astronauten auf ihre Reisen oft Musik mitnehmen. Aber am Ende hören sie dann immer nur noch solche CDs, auf denen Geräusche drauf sind. Geräusche von Wind, Geräusche von Vogelstimmen in einem Wald. Geräusche von einem Fluss. Geräusche von Menschenstimmen in einem Club oder in einer Bar. Von Stöhnen, von lachenden Kindern. Geräusche von der Erde. Geräusche von der Erde. I dream for the... I dream for the... I dream for the...